12 Prozent der Gesamtbelegschaft bei der VAG sind Frauen. Nur 12 Prozent. Wir können die Quote steigern und es ist auch ein Bestreben im Unternehmen, diese Quote zu steigern. Jetzt haben wir eine sehr erfolgreiche, sehr selbstbewusste Frau da. Und vielleicht hören diesen Podcast junge Menschen, junge Frauen, junge Mädchen, die sagen, ja, vielleicht sollte ich mir auch was trauen. Mutti, wir die mal. Sag denen mal, hier, greife an. Ja, das kann ich echt auch allen nur empfehlen. Wenn euch die Themen an sich Spaß machen, dann habt da keine Angst. Die Männer, die sind alle nur Männer.